Natürlich kann es Microsoft doch. Im letzten Video haben wir einen Iterator gebaut, im C-Sharp-Style, der HTMS-Strings durchsucht und Attribute ausliest. Dann wird festgestellt, dass der Zugriff auf Index-Off bei Strings sehr langsam sein kann. Allerdings war der Iterator auch Case-sensitive und wohl auch keine so gute Idee. Wenn man sich Index-Off genauer anschaut, dann sieht man auch einen entsprechenden Overload, der beschreibt, dass er Case-insensitive ist und auch anders vergleicht, nämlich ordinar vergleicht. Und wenn man es dann auch richtig verwendet, nämlich mit diesem Overload, dann ist Index-Off wieder verdammt schnell. Und da schauen wir uns jetzt an. Also einmal der Gegenbeweis und die große Richtigstellung. Viel Spaß! Trommelwirbel, das hier sind die Ergebnisse. Wir haben den Iterator mit Index-Off Classic. Da haben wir eben die furchtbar lange Laufzeit. Dann unser optimierter Iterator mit 480 hier und hier. Wenn man Index-Off auch richtig verwendet, dann kommen wir auf 66,99. Der RAM ist überall annähernd gleich oder im Endeffekt gleich. Und auch hier überall. Aber was man durchaus sieht, die Laufzeit ist Wahnsinn. Index-Off 66 versus 15.000. Also Microsoft kann es doch. Dieses Index-Off kann schon auch schnell sein. Das Einzige, was wir brauchen, ist die Art und Weise, wie er vergleicht. String Comparison, Ordinal, Ignore Case dazu und dann ist er auch entsprechend schnell. Und wenn wir uns den Code mal anschauen, hier von diesem Index-Off, ich habe mich da mal reingesucht, den Source-Code. Das wäre dann dort, wo wir landen. Hier ist es schon umgewandelt auf einen Span. Und da gibt es dann auch ein paar so Optionen und Spezialfälle, die er hier macht. Und dann fällt schon etwas auf, hier wie zum Beispiel Vector 128 ist Hardware Accelerated. Also werden ganz spezielle Sachen gemacht, um das auch wirklich, wirklich effizient zu machen. Teilweise Hardware unterstützt. Mir ist noch etwas aufgefallen. Jetzt kann man sich mal durchüberlegen, was das soll. Also es sind viele, viele Spezialfälle da auch entsprechend abgehandelt. Inklusive, wo habe ich das gesehen, wo habe ich das gesehen. Da haben wir nochmal so einen Index-Off. Ah, hier. Auch ein Spezialfall. Based on, da gibt es einen speziellen Algorithmus-Doll. Sim-String-Find. Das wäre diese hier. Dann kann man sich hier mal anschauen, wie denn der genau tut und genau funktioniert. Der ist da implementiert da drinnen. Und was auch ganz lustig ist, wir haben hier sogar ein GoTo. Normalerweise sage ich immer, wer GoTo-verwendet, kostet eine Kiste Bier. Gut, hier. GoTo Search to Characters. Danke Microsoft. Wir haben jetzt auch gelernt, dass auch ihr GoTo hin und wieder doch mal verwendet. Hier wieder entsprechend Hardware Accelerated etc. pp. Gut, also das schauen wir uns jetzt nicht im Detail an. Wir sind happy, dass es Microsoft doch natürlich kann, einen hocheffizienten Algorithmus zu schreiben, der hier entsprechend das macht, was er machen soll. Ja, Ignore Case etc. Gut, ich poppe das jetzt wirklich in ein NuGet Package und laute das hoch. Dann habt ihr den Enumerator, diese String-Extension, die ich ignorieren werde, die schmeiße ich wieder weg. Diesen Iterator wäre es benötigt, um den HTML-Code zu analysieren. Viel Spaß damit. Das war klar, jetzt soll ich das Thema neu aufbauen und genau zeigen, oder zeigen will, dass dieser Index-Off eben langsam ist, so wie wir es im letzten Video ja gesehen haben. Jetzt kommt da unten auch die Warnung. Ja, das hätte ihr uns letztes Mal auch zeigen können, ne? Danke. Wie so ein Studio? Na gut, aber lieber spielt das nie. Ich glaube, ich habe da so ein paar so Hacker gesetzt mit den Donate-Warnings-Analysers und Co. Naja, gut, schauen wir ab an. Naja, gut, schauen wir mal.